Prinzessin Charlotte feiert am 2. Mai 2024 ihren 9. Geburtstag. Zu diesem Ehrentag veröffentlichte Prinzessin Kate ein selbstgeschossenes Foto ihrer Tochter, und die Reaktionen der Royal Fins sind besonders rührend. Prinzessin Kate teilt neues Foto zu Prinzessin Charlottes 9. Geburtstag. Für die britischen Royals ist heute, 2. Mai 2024, ein besonderer Tag, denn die kleine Prinzessin Charlotte feiert ihren 9. Geburtstag. Für die Tochter von Prinz William, 41, und Prinzessin Kate, 42, dürfte dieser Geburtstag allerdings nicht so sein, wie die Jahre zuvor, denn seit wenigen Monaten steht fest, dass ihre Mama an Krebs erkrankt ist. Dennoch teilte die in den sozialen Medien, wie auch schon bei Prinz Louis, 6, traditionsgemäß ein aktuelles Foto des Geburtstagskindes, welches sie selbst aufgenommen hat, und auf diesem Bild strahlt die kleine Charlotte über das ganze Gesicht. Royal Fins zeigen sich mitführend an Charlottes Geburtstag. Doch das Geburtstagsfoto an sich rückt bei den Royal Fins schnell in den Hintergrund. Viel mehr zeigen die sich nämlich gerührt davon, dass Mama Kate trotz ihres Kampfes gegen ihre Erkrankung ein selbstgeschossenes Foto der 9-Jährigen teilte. So ein schönes Foto, das deine talentierte Mama aufgenommen wurde oder was für ein wunderschönes Foto, welches bei der talentierten Prinzessin von Wales aufgenommen wurde. Prinzessin Charlotte ist so erwachsen geworden. Eine andere Userin meint mitfühlend, Happy Birthday, Prinzessin Kate. Du bist eine große Schwester. Ich weiß, dass diese Zeit hart für deine Mama sein muss, aber ich hoffe, du und deine Familie werden ihr Bestes tun, um das gemeinsam durchzustehen. Abgesehen von den Kommentaren, die sich auf Kate beziehen, fällt so manch einem User aber auch die gravierende Familienähnlichkeit auf. Während viele finden, dass Prinzessin Charlotte eine perfekte Mischung aus Kate und William sei, finden andere, dass sie ihrer verstorbenen Oma Prinzessin Deiner 36 immer ähnlicher sehen würde, Na, ob sie wohl wie ihre Großmutter Diana aussehen wird, wenn sie erwachsen ist? Fragt eine Follower beispielsweise. So oder so, es bleibt zu hoffen, dass die kleine Prinzessin Charlotte trotz der aktuellen Umstände einen unvergesslichen und wunderschönen Geburtstag erleben wird.